Im Namen Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten und Frieden und Sehens auf dem Gesandten Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, heute machen wir den vierten Hadith für das Projekt Hadith der Woche. Und der Hadith geht wie folgt. Rabbi Umama, sallallahu alayhi wa sallam, berichtete, dass der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, wer Ayat al-Kursi nach jedem Pflichtgebet liest, zwischen ihm und dem Al-Jannah, steht nichts außer dem Tod. Ein Hadith bei Nassai und der Sheikh Al-Al-Bani sagt, dass dieser Hadith sahih ist, authentisch. Und das ist ein sehr schöner Hadith und wir lernen daraus, liebe Geschwister, dass wenn man nach jedem Pflichtgebet Ayat al-Kursi liest und zitiert, dass Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dann Al-Jannah ermöglichen kann. Möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annehmen und möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, von denjenigen machen, die Ayat al-Kursi nach jedem Pflichtgebet erwähnen. Barakallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, wa rahmatullahu alayhi wa sallam.